Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge Projekt auf dem Zwei-Stein-Hof mit der Tiger Farm. Hallo! Hallo! So, gestern und heute bin ich für das Lohnunternehmen tätig gewesen bzw. heute bin ich es noch und da Mikado leider noch krank ist, aber da können wir auch mal ein bisschen gemeinnützige Arbeit leisten, weil Geld verdiene ich damit nicht. Also wir haben gesagt, sonst ist es ein Vorteil gegenüber Mikado, das wollen wir nicht, deshalb steht meine Arbeitskraft hier einfach mal im Fokus. Hier ist ja noch so eine schicke Halle. Ja, ja, die habe ich auch schon gesehen. So eine habe ich auch noch. Oh, hier gibt es sogar noch mal einen Eingang. Jetzt gehen ein Bäumchen rum. Was steht da rum? Ein Bäumchen. Oh, das wäre sogar tunbar gewesen hier, gell? Ja. Ja. Na gut, das hat die jetzt eh nichts mehr gebracht. Mhm. Aber dann, aber dann fürs nächste Mal. Ja. Na gut. Schauen wir mal um die Harnos- Denis. day. Und dann, egal warum gehen wir mal, ob wir glaube ich jetzt muss, ich�ische Sonne und die Kostage auch immer zurückgehen wir lassen, in Kost entry a subnem Anpass-Rose, jetzt der Isaac-Spe I'm-T q et y um hier., dass wir das Haus machen hier abieren. Ich habe sich versucht, das neueonunternehmen, durch was Nein kommt, wo paar人 da rein. Und was Ottum-L還, eine Aut overcome, nicht nur bald wie nicht passiert. Okay, ich mach's mal eben. So, klar, ich bin keine Dirig. Schreibt einfach mal rein, ob es euch gefällt. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Da spielen wir nur mit alten Fahrzeugen. Wenn ihr da auch noch Modvorschläge habt, dann schreibt den einfach mal in die Kommentare. So, jetzt ist es wirklich ein Zackenluster hier. Ja. Sie den Baum vorm Traktor gar nicht. Ich sehe nur noch... ...weil nicht... ...und wer nicht. Ein bisschen Kontrast noch, aber na nicht. So, was wollen Sie mit den Trassen jetzt noch machen? Also, ich werde das erstmal in die Lasebein kommen. Äh, ne, in die GGA tun. Danke. 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 Und danke. Der Schwader müsste sofort mal wieder reprieert werden von mir. Ja. Also, ja, sobald sie wieder zu mir können, bräuchte ich auch mal einen Service für eine Fahrzeuge. Was gehen wir denn hin? Mir fällt gerade was ein dass ich doch einen ich bin jetzt mal ehrlich dass ich doch einen kleinen Vorteil habe gegen Ibu Mikado Warum? Weil ich Schafe habe Ach ja Ach ja, da war was, gell? Da war was, ja Ähm Ja, das werden wir lösen das werden wir lösen und zwar gerecht lösen sogar mehr als gerecht denke ich Ich glaube die Produktion ist nicht so hoch wie das was ich vorher habe Ich werde dann eine Palette Wolle dem Lohnunternehmen spenden Oh Das ist aber nüt Ähm Ja Einfach das da Sonst, ich meine ich generiere jetzt im Moment Rolle Und ähm Mikado generiert nichts weil er hat leider keine Tiere Oder? Hat er inzwischen? Ne, glaub nicht Ne Hat er nicht Ja Das sind halt die verschiedenen Spielweisen Er wird denke ich Am Ende einfach alle Tiere kaufen Wenn Er wird so viel Geld machen wollen Um dann am Ende einfach die Tiere zu kaufen Um dann keine Arbeit damit zu haben Ich sag mal bei den Schafen ist es irrelevant Weil die Schafe die produzieren einfach Geld Und das bisschen Wasser und Gras was die brauchen das ist das egal Schnell gemacht Ja Schafe sind sehr fliegeneicht Ja Vor allem bei dem Projekt Wo Schafe Wir müssen ja 80 Schafe haben Ja Wo das auch noch ein Ziel ist Macht das aus meiner Sicht Am meisten Sinn Da sich viele Schafe hinzustellen Wie viele Schafe haben sie schon Wenn ich fragen darf 40 waren es glaube ich 50% vom Ziel habe ich schon Ja Ich denke die anderen 40 werde ich mir bald anschaffen So Das ist die letzte Schafe Ich weiß die letzte Reihe ich nicht mehr hin muss Ja Da sind wir genau zur Nacht fertig geworden Bald geht es ja dann auch schlafen Ja Das könnten wir vielleicht ein bisschen vorziehen Vielleicht am Ende der Folge Äh Wir sind erst bei 10 Minuten Ja Aber ja Können wir aufs Ende verlegen Das kann so gut Äh Achso ich bin falsch gefahren Das sind ja alles Mietfahrzeuge Ja Ich kann die aber auch so zurückgeben Ähm Ähm Das bringen sie schon hin Weil sie brauchen ja auch noch einen Ladewagen oder? Ja Ähm Oh Wo bin ich denn jetzt gelandet? Eine Ladewagen Auch gut Wie komme ich hier wieder auf? Wo ist die Frage welchen Ladewagen nehme ich? Nein 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 Ach Ich bin gefangen in der Wiese von Mikado Ich weiß nicht wo sie raus geht Ah hier Ne doch nicht Ah Hier Ah Hier hinten Ne doch nicht Ah Hier Hier Okay Ups Äh ich würde mal wenn sie mir einen Ladewagen bereitstellen würde ich gleich einen mitbringen Ja Ja Bitte Man sie können ja zweimal den Pöttinger nehmen ist ja nicht so schlimm Ja 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 Vielleicht warte Haben sie schon gemietet? Noch nicht? Noch nicht Okay Dann würde ich sagen geben wir kurz das Equipment hier zurück Komplett Dann können sie alles zurückgeben auf den Traktor Ja Und dann ähm Oh oh ich glaube das ist mein Weg Passt nicht Ah doch Ähm dann würde ich sagen überspringen sie kurz die Nacht Okay Dann müssen sie nämlich nicht so viele Mietkosten zahlen Ähm Und dann ähm Reicht es ja wenn man einen kleinen Traktor mietet Einen kleinen Traktor der für die Für den Ladewagen ausreichend ist 95 PS Bis 6 Uhr Vorspulen ne? Ja Ja 10 Stunden 10 Stunden Ne 9 Ich mach 9 Ja Warten Ja Ja bitte Bunkersilo ist fermentiert Ist aber nicht meins Hä? Hat Mikado doch einen Bunkersilo? Ja Doch hat er noch Ah ok Ah ok Nein Äh gut Dann würde ich um neue Fahrzeuge bitten Ähm noch So Vielleicht den Fenn 500 Favorit Ja ok Ja Wobei warte mal der fährt nur 31 Nein Achso ich hab noch hier auf Meilen stehen Moment Ich dachte grad Ich dachte grad Ich dachte grad So Ähm Wenn man was kostet Oder was braucht denn Ja 95 PS Ja Bitteschön Da ist er Und einmal der Oh Oh Wer ist der für mich? Ja Ja Holla die Walde Komm ein bisschen groß Ja das reicht auch nicht Eiei Wir dürfen ja aber neustes Equipment testen Hier Bergwahn Ladewagen Ich werde mir dann wahrscheinlich den Fenn Ladewagen holen Den was? Den Fenn Ladewagen So einen großen Schafft es der Waltra Ja Ok Der Waltra hat 210 PS und der braucht 200 PS Ok Ja Ja klar Als Lohnunternehmen müssen wir Da haben sie noch keinen Ladewagen Ich hab mir den noch nicht gekauft Ich bringe jetzt nur den Charler zurück Ah ok Ja klar Wenn sie noch keine hatten Dann macht es schon Sinn sich ordentliches Equipment gleich zu kaufen Ja Das steigert ja auch die Rentabilität ihres Unternehmens Das ist richtig Ja 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 Vielleicht machen sie am Hof das Gras weg und ich hier auf dem Feld Ok Auf der Wiese Auf der Wiese Warte mal muss ich ihn Auf der Wiese 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 Das waren zwei Folgen Ich hoffe dass Mikado, morgen wieder fit ist und dann gucken wir mal falls nicht werde ich mich wahrscheinlich noch mal in den Dienst des Lohnunternehmens stellen, einfach damit es auch täglich für euch Folgen gibt. Und das Lohnunternehmen muss auch irgendwie zu Geld kommen. Haben Sie eigentlich mal eine Bilanz, wie viel Geld Sie verdient haben? Also ob sich das wirklich rentiert? Ich kann ja mal bei Aplanen pro Tag, wie viel Geld Sie da verdienen? Also ich habe gestern 27.100 gemacht. Und davor gab es glaube ich noch keinen Tag, oder? Davor habe ich 1.200 gemacht. Ich glaube, da war ich das erste Mal dabei, wenn ich mich das nicht alles täuschte. Ah ja, stimmt. Na doch, da müsste ich das erste Mal dabei gewesen sein. Ja, okay. Also 27.000 am Tag? Also in der Woche eigentlich, wenn man so will. Ja, wenn es halt mehr Lohnunternehmer beschäftigt, dann wird sich das Unternehmen mehr rentieren. Ja, es rentiert sich jetzt schon. Ja. Nur halt noch nicht so stark. Ja, ich denke, man müsste so ein bisschen gucken, dass sie vielleicht an Perma-Fahrzeuge mehr kaufen. Weil sie jedes Mal dafür selber Miete zahlen müssen. Kostet sie natürlich auch mehr. Ja, ich kaufe die generell die Fahrzeuge immer. Ah ja. Auch wenn ich mir einen Kredit aufnehmen muss. Miete nehme ich überhaupt nicht gerne. So, gut. Äh, heute überziehen wir ein bisschen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass ich jetzt nochmal die Ladung vom Lohnunternehmen wegfahre. Ich bin gleich schon. Äh, ich bin erst gleich voll. Aha. Okay. Also ich habe jetzt die zweite Ladung voll. Ich fahre jetzt kurz zum BGA. Ich fahre jetzt mal wieder. Entweder ist auf der Wiese weniger Ertrag gewesen oder ich weiß auch nicht. Oder ich muss einfach nur ein bisschen mehr fahren. Ja, da ist halt noch viel Zick-Zack. Ja, deswegen. Ah, jetzt bin ich voll. Ist gut, dann können wir vielleicht noch ein Pressefoto machen. Das können wir gerne machen. Alles für die Presse. Ja, Waltra fährt 50, gell? Ja, 53, um genau zu sein. Ja, das schafft der Fan doch. So, wir sind da. Vielleicht entladen sie noch nicht. Ja. Dann können links neben mich fahren. Ja, das wird gut für die Presse. Ja. So, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder in der nächsten Folge vom Challenge-Projekt Zwei-Stand-Hof. Und, ähm... Ja, jetzt machen wir noch kurz ein Pressefoto und dann war's das für die Folge. Ähm... Warte, fahren Sie noch ein Stück zurück? Ja. Ja. Nicht passt. So. Gut. Das war's. Alles, ja. Da ist nicht so.